So, let's go and gentlemen, jetzt kommen wir hier zurück zu The Binding of ISAC. Ich sehe gerade, dass wir damals schon... Okay, ich muss mal kurz Samson ausprobieren. Was ist das jetzt für ein netter Kollege? Versteht ihr das? Hä? Yeah, Explosive Shots, ach komm. Was? Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott, ist das geil. Das ist ja Wahnsinn. Oh. Oh mein Gott, ist das geil. Leute, das ist geil. Das ist geil. Aber leider... Okay. Das ist... Wow. Wow. Ist das cool. Ist das cool. Oh. Kann das sein, dass der auch einfach mal maximal mehr Schaden macht? Kann das sein? Oder ist das... Oder mal. Okay. Wow. Abgefahren. Ja, okay. Okay. Klar. Nee, ist okay. Wahnsinn. So, jetzt haben wir drei Herzen. Jetzt sind wir eigentlich relativ gut dabei. Also... Äh... Ja. Gut. Haha. Oh, abgefahren. Wow. Danke. Danke, danke. Ja, Ben, das ist einfach schlecht, was du machst. Ich muss sagen, das ist... Das ist verleitet zum Selbstmord. Das verleitet zum Selbstmord. Speed und Range. Okay. Cool. Bin ich doch tatsächlich schneller. Muss ich halt echt alles ausprobieren. Yeah. Wow, das ist abgefahren. Das ist abgefahren. Ja, mein... Warum mach ich nicht, ne? Mal kann man echt machen. Was? Jetzt muss ich ja mal glatt gucken, ne? In den... Jetzt muss ich glatt mal in den Shop gucken, ne? Also... Ja. Äh... Treasure Map. Oh, das ist cool. Das ist auch cool. Ja, gut. Den Rest... Den spare ich mir mal auf. Vielleicht gibt's ja irgendwann ein anderes noch. Was cooles zu kaufen. Weil eigentlich... Die Endgegner dürften... Aber mal überhaupt kein Problem sein. Je nachdem, was es für eine Art Stand ist. Ja, mal. So. So. So viel dazu. So viel einfach mal dazu. Speed up. Oh, nein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ne, ich kann nicht. Es geht nicht. Geht nicht. Weil ich hab dann echt wenig Leben. Was? Oh, okay. Hey. Ha. Soll ich mal reingehen? Tun wir es. Shit. Na, das ist ungünstig. War das jetzt clever? Na, eher weniger. So viel dazu. Lovers. Cool. Was? Was? Oh mein Gott. Ich hab... Ich hab mir Herz gekriegt. Ist jetzt wohl ein Scherz, oder? Äh, okay. Ich versteh's nicht. Ah, das ist ungünstig. Ah, ich komm nicht dran. Na gut. Ah, haha. So, haben wir das. Dankeschön, Pilz hier. Yeah. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ah, ich wusste es doch. Ah, ich hätt's nicht machen dürfen. Ich hätt's nicht machen dürfen. Scheiße. Scheiße. Schuss, schuss, schuss. Naja, Gott. Jetzt ist es doch mal gut. Jetzt ist es aber mal echt gut. Fix. Fix. Oh mein Gott. So. So. So viel dazu. Ah, das ist alles nicht gut. Ah, das ist echt nicht gut. Toll, jetzt hab ich hier zwei Kisten, ne? Lovers. Sehr schön. Ja gut. Hilft nix, ne? Hilft allein nix. Oh, du bist doch echt doof. Jawoll. Was ist das denn? Two of Spades. Okay. Hat gefühlt nichts gemacht. Ich hab zwei Schlüssel bekommen. Warum hab ich zwei Schlüssel bekommen? Ich hab zwei Schlüssel bekommen. Haha, zwei Schlüssel. Was sehr cool ist. Das ist gut. Oh, das ist Wahnsinn. So, und jetzt gib mir bitte. Bitte, bitte. Nochmal irgendwie so ne... Oh, nochmal ne HP. Aber wär natürlich Wahnsinn. Komm schon. Ah, okay. Ah, okay. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Ich hab zusätzlich nochmal Feuerschuss. Ist auch okay. Ist auch okay. Alles klar. So. Ups. Nicht in die eigene Kugel laufen, weil das wär dämlich. Das wär offiziell dämlich. So. Alles klar. Oh, wow. Ja, so schaut's aus. The sun. Praise the sun. Was war das jetzt? Okay. Weiß man nicht. Schön. Alles klar. Wow. Ah, 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 ah. Stirb. Jetzt. Dankeschön. War die Tür verschlossen? Jawoll. Speed and range up. Jetzt werde ich aber langsam arg schnell. Also... Mein Gott, man kann's natürlich auch übertreiben. Ah, 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 ah. stirbt das ist scheiße wow kein arcade modus jawohl das ist geil ach was es geht nur was ist das denn steam sale das ist witzig das ist tatsächlich witzig das heißt die Frage ob alles günstiger ist so viel dazu ein nickel oh jetzt ist aber gut ach du meine Güte oh stimmt ha stimmt hau ab oder haut ab wow leck oh mein gott der ist aber nicht so 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 stirbt ah so stirbt jawohl oh gott leck um hier okay so jetzt wird es langsam wieder echt eklat ich krieg auch immer nur geld 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 das ist wichtig so wunderbar okay 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 so schlüssel für mich schlüssel für mich sehr gut stirbt sehr gut okay okay damage hp ach noch mehr ehran ist okay das ist okay so nein 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 stirbt stirbt danke aber gib mir doch jetzt herzen stirbt stirbt oh nein oh was range down nee kann man kann man machen kann man machen so wow wow stirbt yeah ja oh god oh mein guuuuut scheiße oh nein nein ja ne okay kann man kann man machen wow okay leute ich pack das langsam echt gar nicht mehr aber überhaupt nicht mehr kann man machen kann man machen kann man machen kann man machen wahaha okay haha yeah ja einfach nur nochmal reingehen und hör auf oh fag naa jawohl okay okay eineinhalb leben ist okay oh nein oh scheiße oh nein ne kann man alles machen wow warum musste ich so ein hardcore kack sein ne ist okay oh mein gott oh ich bin gestorben ach du meine ne ich pack's nicht mehr ja genau sehr gut gut schönes spiel ach fuck ich glaub die letzten drei waren die letzten zwei der letzten drei waren hardcore bosser naja wie auch immer mal wieder schade 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 also ziemlich cool lecko mio hab ich halt überhaupt kein jetz mehr gekriegt jetzt am ende mein gott was soll's zum glück überlasse ich immer alles meiner schönen katze vielen dank fürs zuschauen mein name ist ben und ich sage mal wieder für binding of isaac für heute auf wiedersehen tschüssi